Was? Ach Gott. Herzlich willkommen zu einer neuen Meditationsstunde mit Klaus, eurem Oberjogi und Dirk seiner Putze. Mir geht echt der Stift Atem aus. Heide Witzker, herzlich willkommen zu Fünnüsse. Podcast und Meditation in einem. So viel wie du rumstöhnst immer bei den Aufnahmen, da kann man schon von Atem. Autoerotische Asphyxiation. Ass auf jeden Fall. Dirk genehmigt sich jetzt einen Schluck Wasser aus seiner Flasche. Ja, und du gießt dich auch noch mal. Du bist so, als ob du dir gerade kurz vorm Pott sitzt. Ich muss mich immer so ein bisschen über den Tisch lehnen. Dich zwinge keiner, deine Hände vor deinen Darm zu klemmen, die ganze Zeit zu sitzen, als ob du drei Tage Brokkoli gegessen hättest. Ich liege dann einfach auf auf meinen Unterarmen. Das ist wie so eine Katze, die sich selber aus ihren Armen einen Stuhl bastelt. Ganz bizarres Bild. Irgendwas Spannendes erlebt, Dirk, irgendwelche Nadeln an unaussprechlichen Orten gehabt, wenn man gerade schon über deine Beinnadelung geredet. Ja, ich hatte ja letztes Mal von meiner Plantafasciitis oder Plantafasciitis, ich weiß immer nicht, wer uns ausspricht, gesprochen. Und da hat mir die Akupunktöse, ist glaube ich der Fachbegriff. Ja, alle Begriffe, die männlich mit Ör enden, enden nach Frauen mit Ösen. Hat mir dann, ich würde mal tippen, Zehen. Ich habe es nicht gesehen, wie viel im Unterbein dann Nadeln reingerahmt waren. Es war auch alles angenehm, faszinierenderweise im Gegensatz zum Tätowieren. Da wo Haut auf Knochen kommt, ist beim Tätowieren immer sehr unangenehm. Aber bei Akupunktur halt gar nicht so richtig. Bloß da halt wo Haut auf Sehne oder sowas, das wird dann richtig unangenehm. Da meinte sie von mir, und schon Blitz in der Nähe von der Achillessehne. Und ich so, pff, nee, alles okay. Dann hat sie die Nadeln nochmal versetzt und dachte, höh, höh. Und da meinte sie, okay, wenn Blitz, dann ist gut. War auch super. Also war echt super. Ich bin dann immer so eine Art Trance. Also ich kann dann halt nicht schlafen. Ich denke immer, oh geil, jetzt penst du weg. Aber dann ist halt so, man ist so druff irgendwie, dass man, ja, danach redet sie irgendwie mit mir und ich sehe dann halt aus, naja, es ist halt richtig stark durchbluteter Dirk. Du hast hier jetzt auch gerade wieder so einen halben Block Palmin in die Hände geschmiert, oder? Meine Hände tun so extrem weh heute. Aber das kriegst du ja nicht mit einer Creme weg. Oder meinst du die Haut auf deinen Händen? Ja, ja, die Haut. Okay, ich dachte jetzt irgendwie Muskulatursehne. Nein, nein, die Sehnen sind vollkommen in Ordnung. Aber ich fühle mich an, als ob ich die Hände zwei Minuten auf der Herdplatte hatte. Also wie verbrannt, oder was? Das ist echt nicht schön, ja. Also richtig wund. Du hattest jetzt zeitweise so eine intensive Klettereinheit und dann hast du es wieder ein bisschen zurückgefahren, dass du gesagt hast, klettern und laufen. Nee, ich war zweimal laufen jetzt in den letzten Wochen. Ach, ich dachte, du hättest das jetzt in die Woche wieder integriert zweimal laufen pro Woche. Nee, ich war nur irgendwie anderweitig beschäftigt und dachte, dann gehe ich halt schnell laufen. Ja, genau. Deswegen auch die Schmerzen in den Händen vom Wichsen. Verstehen Sie? Sieht aus wie eine Kaktee bei ihm. Nee, aber es ist also... Ein Wüstengewächs. Nach zwei Tagen relativ langen Einheiten, das merkt man dann doch einfach. Also wenn du die ganze Zeit auf Schleifpapier fasst oder umscharfe Kanten, so viel Haut hast du halt nicht auf den Händen, dass es halt ewig so weitergeht. Du bist halt gerade wund wie so ein Babypopo. Ja, ey. Also zart, wund ist er in der Regel. Ich wollte gerade sagen. Beziehungsweise gibt er ganz schnell die wunden Babypopos, die halt zu oft halt in ihrer Pippi lagen. Dann quillt diese zarte Haut ja auf und dann hast du ganz schnell Rötung und dann... Mir wurde gesagt, dass ich als Kind Puder geliebt habe. Kennst du das? Schöne Arschpudern? Arschpudern, ja. Ah, er wollte gar nicht mehr ohne. Mit der Dose ist er durch die Wohnung gerannt, hat alles gepudert. Das ist wiederum ein ziemlich geiles Bild, wie du mit so einer Puderdose... Hör auf! Stauexplosion! Wie so eine Nebelmaschine. Der kleine Dirk macht London. Ne, Nebel, London. Ah! Also ziehe ich immer sofort London Nebel. Oh Gott, wird mir heiß hier. Bei mir ist ja halt nicht geheizt, beziehungsweise ich heize halt so selten. Und dann merke ich halt, wenn ich dann beim Klaus bin, der ja auch nicht heizt, aber der hat halt diese schönen Nachbarrohre, die seine Hülle geben. Auf jeder Seite eins. Und ja, man kann ja auch nichts machen. Also es hat ja auch was Praktisches, wenn es kalt ist. Die kältesten Tage hier bei mir in der Butze sind eigentlich, wenn draußen so 10 Grad sind und noch keiner heizt. Stimmt. Also dann merkt man es halt schon immer. Das Phänomen ist ja auch, dass immer mehr so geheizt wird, dass das im Winter geheizt wird, dass man zu Hause im T-Shirt rumlaufen kann. Wie bei Karstadt beim Einkaufen. Ja. Und da denkst du, wo kommt das denn her? Ich kenne das noch von meiner Stiefarmer damals, wenn du da zu Besuch warst, dass du erst mal in so eine Wolke gegangen bist und die Augäpfel erst mal so, du konntest nicht mehr blinzeln, weil es einfach schon alles trocken war. Das ist denn hier los? Und sie stand im T-Shirt. Draußen war so kalt. Ja, aber dann ziehe ich einen Pulli an und heize auf angenehme 20 und nicht 42. Ich habe meine Oma auch mal damals schön das Thermostat auf 23 Grad gestellt. Das ist schon ein bitterer Schlagwunde so von damals. Da waren die Winter ja noch kälter als jetzt. Ja, da hatten wir schon mal zweistellige Minusgrade. Ja. Das ist halt, da bist du dann auch die ganze Zeit am Creme. Ja. Da wird einfach komplett denkst, um irgendwie nachzukommen mit der Feuchtigkeit. Ich tödriere hier. Kann man sich, guter Tipp, in ein Stück Butter legen im Kühlschrank. Schön Butterfläche. Kokosöl geht auch, wenn man hat. Ich überlege gerade, ob ich was Spannendes erlebt habe, aber ich fühle mich so, als ob wir auch gestern erst aufgenommen hätten. Haben wir jetzt noch einen Doppelfolge aufgenommen? Nee, Montag haben wir, glaube ich, aufgenommen. Echt? Kann das sein? Achso, wir haben genau so eine knappe Wurst, war das letztes Mal, ne? Nee, nee, letztes Mal war Sonntag, glaube ich. Also, das war das erste Mal wieder nach langem, dass sie pünktlich da war. Was habe ich denn gemacht in der Zeit? Ich komme irgendwie so. Achso. Du hast doch deinen Steuerscheiß fertig gemacht, ne? Ja, ne, soweit ich kann. Also, wie gesagt, was halt noch fehlt, ist Krankenversicherung. Und die KSK meldet sich ja mal erst im Februar. Echt? Ich habe die angeschrieben, zwei Tage später hatte ich alles. Achso, ich habe es jetzt, so eilig hatte ich es jetzt auch nicht. Ich dachte, ich warte jetzt einfach drauf. Nee, ich weiß halt von wegen, die haben mir geschrieben, in der dritten bis vierten Woche kriegen sie eh diese Jahresaufstellung. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, sind wir nicht schon in der dritten Woche? Und dann habe ich gedacht, da warte ich nicht drauf, ich sage mal Hallo. Und dann kriegst du eigentlich in der Regel alles. Okay, ich hatte geschaut, mein letztes war auf Februar irgendwann datiert. Ja. Frage, wie hoch ist die Einkommenssteuer? Das kommt darauf an, wie viel du verdienst. Wo sind die Bemessungsgrenzen? Ja, ich frage jetzt den Experten, das kenne ich natürlich auswendig, die Schwellenwerte. Nee, kann ja sein, dass man sagt, bis 10, so viel, bis 30, so viel oder so. Nee, bis, also du hast das. Ab wann sind es 42 Prozent? 48.000, glaube ich. Ach, echt? Unter 50 geht das schon böse los. Ja, ja, ja. Wie soll ich das zahlen? Ja, das ist ja einer der beliebtesten Punkte, wenn es um den Spitzensteuersatz geht. Es ist ja absoluter Quatsch, dass du mit dem Betrag, das ist halt 54.000 sein, aber irgendwie so in dem Dreh ist es halt. Gott, Ranjit ist auch dabei. Aber es ist ja absolut absurd, dass das der Spitzensteuersatz ist. Und danach zahlst du, also auf jeden Cent immer nur die 42 Prozent Steuern ab dem Verdienst und nicht mehr. Ja, nie mehr, auch wenn du drei Millionen verdienst, ist der Spitzensteuersatz dabei 42 Prozent gedeckelt. Kartenkassenbeiträge, gleicher Spaß. Nee, die sinken halt. Aber ich dachte, naja, aber es gibt doch die Grenze. Ja, genau. Und da bist du bei, was ist das Höchste, was du zahlen kannst? 800 Euro oder so. Genau. Aber ich meine, danach ist ja Schluss. Ja, genau. Dann ist es egal, ob du monatlich 4.000 verdienst oder 40 Millionen. Ja, ja, ja. Du zahlst nur 800. Ja, wenn du gesetzlich versichert bist, was du ja mit einem relativ hohen Einkommen wahrscheinlich nicht mehr bist. Es ist doch geändert. Seit dem 1.1. musst du monatlich doch irgendwie 5.000 haben, ich weiß nicht, ob brutto oder netto, dass du überhaupt privat versichert sein kannst. Ja, vernünftig. Also, das ist, ich weiß nicht. Ja, weil wir kennen ja den einen oder anderen, der schon früher während Schulzeiten privat versichert war, Studiumzeiten. Eben, es ist ja Bullshit, also es ist vor allem deswegen Bullshit, weil die Privatversicherungen halt viele junge Leute reinbekommen, weil die halt sehr günstig sind. Brownie. Aber der ist ja selbstständiger. Das auch. Aber, nee, ich meine, das ist, ich weiß nicht, kennst du Otto Nova? Sagt dir das was? Die machen halt, ich bekomme deren Werbung auf YouTube immer. Ja, die richten sich halt gezielt vor allem an Leute, die kurzfristig in Deutschland leben und sagen halt, hey, das ist total cool, ihr könnt jeden Monat ein paar hundert Euro für die Krankenversicherung sparen. Ist das nicht cool? Kommt zur privaten digitalen Krankenversicherung und so. Ja, lustig, aber du kommst ja dann nicht mehr zurück in die gesetzliche. Also, das ist ja so ein Problem. Wenn du einmal privat versichert bist, ist es super schwierig zurückzukommen in die gesetzliche Krankenversicherung. Und im Alter zahlst du ja richtig hohe Beiträge. Also, das ist ja die Krux daran. Du zahlst halt deswegen so wenig, weil sich das halt nach dem richtet, was du wahrnimmst an Krankenleistungen. Das ist im Alter halt höher. Und im Alter wird dein Risiko höher eingeschätzt, zu erkranken. Deswegen steigen halt auch die Beiträge. Und entsprechend ist das System halt darauf ausgelegt, wenn du einmal drin bist, bist du halt immer drin, damit du halt die günstigen Beiträge in der Jugend mit hohen Beiträgen im Alter ausgleichst, was natürlich scheiße ist. Aber wie ist denn das, wenn jetzt nach der Neuregelung, gilt das dann nur für Neuverträge? Würde ich sagen, ja. Also, ich meine, ich würde mal ganz stark behaupten, die Person, die ich jetzt im Kopf habe, die wir beide kennen, verdient nicht 5.000 im Monat. Und kann auch gar nicht weiterhin dann privat versichert sein. Beziehungsweise ab einem gewissen Alter kann man das auch nicht mehr über die Eltern laufen lassen. Ich weiß nicht, ab 28 oder 25 ist dann auch Schicht. Aber ist der nicht fest am Theater? Wo denn? Reden wir über die gleiche Person? Nee, ich glaube nicht. Nee? Okay, dann weiß ich nicht, bei wem du redest. Hey Mann! Ah. Ah. Oh. Ja. Gut. Wo du früher immer gesagt hast, von wegen, ich kriege alles alleine hin. Ja. Und ich dachte immer. Ja, Privatversicherung ist gar nicht so viel. Also ich meine, da zahlst du ja, wenn du so Mitte 20 bis zu 50 Euro im Monat. Okay. Also das ist, aber das ist halt genau die Sache, ja. Lustig, Mitte 50 zahlst du 800 Euro im Monat. Mhm. Und du zahlst keine Pflegeversicherung, was halt auch nochmal. Ich meine, das ist halt gesellschaftlich ein Scheiß. Ja. Also du sagst ja, wer krank. Und das basiert ja darauf, dass du halt sagst, ja, weil Leute, die privat versichert sind, können privat vorsorgen. Aber ich meine, dafür musst du halt 5.000 im Monat verdienen, ja. Weil das geht halt nicht, wenn du 8.000 Euro im Monat verdienst und denkst, du machst ein Schnäppchen mit einer günstigen privaten Krankenversicherung. Und wie gesagt, so Drecks-Startups wie Otto Nova versuchen halt, die Leute da reinzuziehen. Und dann so, ja, aber es ist voll günstig und es ist voll hip und ihr könnt das alles mit der App machen. Ja, danke. Okay. Ja, aber gut zu wissen. Also, dass man da gar nicht mehr raus kann. Also, du kannst schon, aber dann musst du halt irgendwie ein, zwei Jahre irgendwo fest angestellt sein, sozialversicherungspflichtig. Aber das ist halt einfach, ja, also es ist halt nicht furchtbar leicht. Und seit dem 01.01. hat sich die Bemessungsgrenze für die Kleinunternehmerregelung verändert, von 17.500 auf 22.000. Die war auch, ich glaube bei 17.500 war die, das ist jetzt, ich weiß, ich benutze das immer so als Übertreibung, aber seitdem Schröder Kanzler war. Ja, ja, die ist schon ewig, also nie angeglichen worden. Aber da ist es halt sehr so, dass du halt auch, wenn du unter der 17.500, beziehungsweise jetzt unter den 22.000 bist, kannst du wählen, dass du halt zum Beispiel deine Umsatzsteuer. Ja, wählen konntest du vorher immer, ja. Ja, aber auch das kannst du dann nicht so schnell rückgängig machen, das musst du dann fünf Jahre halten. Also, wenn du jetzt sagst, ich baue ein Unternehmen auf und habe erstmal ganz viele Möbel und bla, wo ich viel absetzen könnte, also die Umsatzsteuer, dann ist das ganz praktisch, wenn du einfach nur sagst, ich mache das nur, weil das cool aussieht beim Ausweisung, ich wirke halt nicht wie eine kleine Firma oder so. Es kommt ja auch auf verschiedene Sachen an, also es kommt vor allem darauf an, was du für Kunden hast. Ja, ja, genau. Weil das ist halt entscheidend, wenn du halt nur Geschäftskunden hast, ist es egal, ob du Kleinunternehmer bist oder nicht, weil die die Umsatzsteuer eh nicht zahlen. Aber es gibt ja wirklich Leute, die… Nur Privatkunden haben. Nein, nein, ich meine, die als Prestige das eintragen wollen, weil sie meinen, von wegen das wirkt, als wenn mein Unternehmen zu klein sei. Ja. Und deswegen sagen, also von wegen, ich wähle den Weg der Umsatzsteuerpflicht und ja, aber es ist dann halt so, ich denke… Ja, aber ich meine, also viel mehr Aufwand ist es nicht, wenn du halt keine Privatkunden hast, ist es egal. Ja. Weil es kommt halt, also es ist halt nur ein Unterschied, wenn du halt wirklich mit anderen Kleinunternehmern oder an andere Leute Rechnungen schreibst, dann kannst du halt deine Sachen günstiger anbieten, weil du keine Umsatzsteuer draufschlagen musst. Aber ja, naja, 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 naja. Die Umsatzsteuer-Voranmeldung, die geht doch zum Schluss des Jahres beziehungsweise Anfang des nächsten Jahres, wenn man halt dann die Steuererklärung für das letzte Jahr macht. Da wird dann nochmal Revue passiert. Ob das dann halt zu viel oder zu wenig Einzahlung war oder bezieht sich das immer auf die einzigen Quartale? Nein, nein, deine Voranmeldung ist für das einzelne Quartal, das heißt Anfang April. Aber das ist doch auch wieder rückwirkend, weil ich dann ja die ersten drei Monate anschaue, wie die waren. Und dann sagen sie, okay, auf die bezogen zahlst du so viel. Naja, nein, du hast, du weißt ja, wie viel Umsatzsteuer du eingenommen hast. Ja, ja, danach. Ja, genau. Und du schreibst dann. Die zahlst du dann nach drei Monaten, ja. Ja. Achso, und die konzentriert sich nur auf die Umsatzsteuer. Genau. Ja, also Umsatzsteuervoranmeldung ist nur, wie viel Umsatzsteuer du eingenommen hast und wie viel Umsatzsteuer du gezahlt hast. Das heißt, es funktioniert immer auf die drei Monate und es kann jetzt nicht sein von wegen, dass man sagt, so ich hatte drei super Monate, dass sie sagen, okay, dann wirst du jetzt die nächsten Quartale halt auch mal sehr hoch. Nein, die ist sowieso fest. Also und du zahlst die immer nach drei Monaten zurück. Okay. Also und die ist ja bei 19 beziehungsweise bei 7 Prozent, je nachdem, was du machst. Und du sagst halt, du hast so und so viel zu 19 eingenommen, so und so viel hast du zu 7 eingenommen und das zahlst du dann einfach ins Finanzamt. Ja. Wie ist das denn, wenn ich umsatzsteuerpflichtig bin und dann auf Lohnsteuer gearbeitet habe? Dann hast du auf Lohnsteuer gearbeitet. Dann ist es ja egal. Es ist egal, es bezieht sich nur auf selbstständige Sachen. Okay. Also diese ganzen Lohnsteuerspäße für Werbung oder so, was halt sowieso eigentlich auch nicht Lohnsteuerpflichtig sein sollte, weil du ja, du bist ja nicht angestellt für einen Tag. Ja. Also es ist ja absoluter Schwachsinn. Das ändert sich auch mal mehr. Also ich muss da sagen, die viele Jobs letztem Jahr, die ich darauf, also wo ich darauf gepocht hätte von wegen, nicht darauf gepocht, aber ich hätte schwören können, das war in der Vergangenheit sogar bei derselben Firma ein Dreh gehabt, immer auf Lohnsteuer und dann von denen, ja, die machen wir diesmal auf Rechnung oder es hieß dann von der Agentur, die wollen das auf Rechnung machen und dann sagst du ja nicht von wegen, warum oder warum jetzt erst oder so, aber ist dann schon verwunderlich, weil du denkst, es ist die gleiche Situation, gleiche Produktionsfirma, anderer Spot, okay, aber halt auch inländisch und inländisch verbreitet und dann heißt es von denen, ja, jetzt auf Rechnung ist. Ich meine, also. Okay. Ja, aber ich meine, also rein logisch, du kannst ja nicht jemanden für einen Tag oder für zwei Tage anstellen, Sozialversicherung. Also ich meine, diese Idee ist ja Unsinn, dass du sagst, jemand ist für einen Tag angestellt oder noch besser, jemand ist für einen Buyout angestellt. Ja, das stimmt. Also was ja der Fall ist, wir kaufen, wir kaufen den Spot nochmal für zwölf Monate auf Lohnsteuerkarte. Ja. Und da, und da das halt auf Tagesgage ja berechnet wird, geht es vom Finanzamt aus, dass du halt ja enorm viele Monate verdienst und deswegen wird dein Buyout mit 42 Prozent besteuert. Und du denkst dann so, äh? Ja, also wie gesagt, diese ganze Idee, jemanden so für die paar Tage anzustellen, ist als ob du dir einen Fliesenleger ins Bad holst für drei Tage und musst den anstellen bei dir zu Hause. Was ja, also, das ist ja Bullshit. Ja. Und ich meine, du kannst auch sagen, ja, du bist ja als Schauspieler im Set weisungsgebunden, ja, der Fliesenleger ist auch weisungsgebunden. Also, der geht ja auch nicht ins Bad, fließt wie er will und du nimmst es dann ab oder nicht. Schaut mal Terracotta gemacht, passt viel besser, finde ich. Ja. Also, ähm. Ich wollte Mosaik. Ja, Pech gehabt, ne, müssen sie jetzt nehmen. Ähm, also genauso wie die Öffentlich-Rechtlichen, die Privaten wahrscheinlich auch, aber halt, ähm, tatsächlich angestelltes Personal haben, die da frei sind, als freie Mitarbeiter, also freie Redakteure, freie Kameraleute, äh, etc., die halt aber das ganze Jahr über da sind, die sind aber offiziell auf dem Papier selbstständig, damit sie halt kein Urlaubsgeld zahlen müssen. Also, sind, ist das quasi immer so eine Wahl, was dann der Produktion oder dem Sender oder wem auch immer irgendwie günstiger in die Karten spielt? Nein, irgendwas Rechtliches wird es da schon geben, worauf die das basieren. Und wenn es halt nur so eine Präzedenzentscheidung ist, wo keiner weiß, wo das eigentlich herkommt, aber irgendein Verwaltungsgericht 1972 hat das mal so entschieden. Aber, also jetzt mal, ich springe nochmal schon ein paar Dinger wieder zurück, aber hast du nicht vor einem oder vor zwei Jahren, äh, monatlich deine Umsatzsteuer-Voranmeldung machen müssen? Ja. Weil du es privat machst? Nein, damals war es so, wenn du sie, wenn du sie frisch angemeldet hast, musstest du anfangen, sie jeden Monat zu machen. Okay. Und dann haben sie nach einem Jahr gesagt, Gott, alle drei Monate reicht, bitte, sie machen uns allen nur Arbeit, uns allen. Aber was du halt auch wolltest, ne? Oder was die auch wollten. Ja, es ist ja egal, aber, ähm, ja. Also die Umsatzsteuererklärung, die geht halt wirklich in zwei, drei Minuten. Also, wenn du ordentlich Tabelle geführt hast, wie viel... Umsatzsteuererklärung oder Umsatzsteuer-Voranmeldung? Umsatzsteuer-Voranmeldung, pardon. Also, die Umsatzsteuererklärung ist natürlich wieder viel aufwendiger, weil es geht nicht, dass einfach die Daten aus der Tabelle übernommen werden. Guck mal dahin. Ja, also es ist ja auch nicht so, als ob sie die Daten nicht hätten, sondern du musst halt nur alles Daten, alle Daten auch immer eintragen, damit sie sicher gehen können, dass die Daten, die sie haben, übereinstimmen mit denen, die du jetzt nochmal eingegeben hast. Und wehe, du machst einen Tippfehler. Gibt's aber einen auf die Löffel. Hase. Apropos, kommen wir nochmal zur Frage des Tages, Dirk. Wir werden besucht von außerirdischen Kohlköpfen. Seit wann bist du ein Louis-Definet-Fan? So, also die Kohlensuppe, die habe ich in meinen eigenen Garten gezogen. Die spült die Därme durch, vom Kopf bis in die Därme. Das spendet Gesundheit für den ganzen Körper. Wie hieß der Kater? Was? Keine Ahnung. Muschipaule. Was? Der Muschipaule kommt mit. Naja, also von außerirdischen Kohlköpfen oder von mir aus auch von großen, schwebenden Köpfen, wie bei Rick and Morty. Wie hieß der Nachbar? Show me what you've got. Ich habe keine Ahnung. Der Bucklige. Der Bucklige. Jedenfalls halten die ihre Riesenstrahlenkanone auf die Erde. Der Anfang war normale außerirdische oder außerirdische Kohlköpfe? Wir werden von Außerirdischen besucht. Also auch keine Kohlköpfe. Lass es Kohlköpfe sein, lass es riesige Köpfe sein wie bei Rick and Morty. Und die sagen, unsere Strahlenkanone, unser Laser ist auf die Erde gerichtet. Klaus Dirk, gebt uns mal ein paar gute Gründe, nicht abzudrücken. Okay, das klingt ja eher nach so einem Spiel. Also warum wollen sie denn überhaupt eine Erde zerstören? Sie zerstören alle Planeten, die unwürdig sind. Wir sind unwürdig. Naja, ganz klar als allererstes können wir sagen, wir, das haben die ja mit Sicherheit mitgekriegt, deswegen sprechen sie auch mit uns und mit niemand anderen, haben halt den besten Podcast des Universums. Deswegen haben sie den Laser schon mal angelegt. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, das wäre so ein Pumpe. Oh Gott, ich dachte mir, Freunde, seid ihr Fans? Wollt ihr unterschrieben? Ja, aber sie haben das tatsächlich abgefangen. Socken? Vom Planeten Alpha Centauri. Ja, okay. Also klar, wahrscheinlich haben die durch Medien und sowas ein bisschen sehr viel Scheiß aufgesogen. Der halbe Planet brennt ja schon. Wir beenden ja nur die Arbeit. Ich habe gelesen, von wegen, die atmen auf, weil jetzt Regen kommt. Aber nicht genug. Also in Melbourne tragen sie Atemmasken? Na ja, wenn es regnet, musst du ja wahrscheinlich erst mal mehr Rauch ertragen als vorher, weil es hält. Und also die Bilder, die ich gesehen habe, du siehst, die Sonne sieht tagsüber in Melbourne aus wie der Vollmond. Es gibt ja viele Regionen, wo es brennt und glücklicherweise bei ein paar hat es geregnet und auch da war es zu wenig Regen und sie haben gesagt, irgendwie diese 15 Zentimeter Glutschicht, die kommt der Regen gar nicht rein. Beziehungsweise es wird halt vorher, es ist halt, also ich glaube, das zieht ja dann noch mehr Sauerstoff, oder? Wie wäre es, wenn wir einen riesen Meteoriten vor die Küste schießen, der eine Flutwelle übers Land jagt? Und das bringt die Außerirdischen jetzt zu sagen, das machen wir eine Katastrophe? Nee, das ist jetzt mal eine andere Problemlösung. Ja, vielleicht wäre es ja irgendwie ganz gut, dass das Land selber als auch die Welt danach so ein bisschen überlegt, wo kommt denn das her? Da werden sich halt viele sagen von wegen, ja, es gibt ja immer Brenne da und trockene Zeiten. Ich kann dir sagen, im australischen Nachrichtenüberblick sind ja viele Zeitungen von Rupert Murdoch dabei. Die Schuld liegt eindeutig bei den Grünen, weil wegen denen kann das Laub, das herumliegende Laub nicht mehr angezündet werden. Und einige von denen haben sogar die Busch und Wald angezündet, damit sie Werbung machen können. Haben die Busch und Wald angezündet? Ja, damit sie für ihre Klimapakete Werbung machen können. Dirk, jetzt kennst du die Wahrheit. Hashtag Infowars. Ja, ich meine aber jetzt, weil ehrlich, man kann das ja dann irgendwie vielleicht mal auch so als Aufhänger nehmen zu sagen, so die Klimapolitik verändern, also weltweit und inländisch, dass man halt dann auch sagt, wir müssen halt uns mal so ein bisschen damit auseinandersetzen und leider nicht nur Sydney und Canberra und Perth oder sowas, die da so den einen oder anderen klugen Menschen dabei haben, sondern halt auch diese Grußsagen. Kohle, Kohle, Kohle. Unter welchen Umständen kann eigentlich der Staat den Bürger entmündigen? Also es gibt es doch, oder nicht? Dass der Staat den Bürger oder? Muss, glaube ich, schon grob. Oder beziehungsweise, es fängt doch eher, also was schneller der Staat doch macht oder machen kann, ist wegen Bauvorhaben oder irgendwas sind Enteignungen, oder? Ich glaube, so schnell geht das auch nicht, aber. Ich dachte, du spielst mir jetzt in die Karte und sagst von wegen, ja, wegen die Zugstrecke von München, Berlin kann man auf jeden Fall diverses Städte halt einfach mal. Ja, ich habe das allen Gefallen mitgetan. Wusstest du, dass der Hambacher Forst nicht platt gemacht wird jetzt? Echt? Ja. Es ging ja relativ schnell. Also auch in den Medien und sowas. Es ist ja auch so interessant, dass die Demonstranten und immer nur der Kampf so demonstriert wurde, aber wenn halt was erreicht wird dadurch, dass das dann so verpufft. Hast du eigentlich das mitbekommen von, ach, ich vergesse mal, wie er heißt, Karal Diambi? Karal Diambi? Harald Junke? Nee, der schwarze SPD-Politiker, der im Bundestag sitzt. Es gibt einen schwarzen SPD-Politiker? Das wusste ich gar nicht. Es gibt einen SPD-Politiker im Bundestag. Auf dessen Bürgerbüro wurde geschossen. Warte, ich muss bei denen... Arbeitest du jetzt für die Aliens? Ja, einer muss ja die Rolle der Aliens einnehmen. Ich glaube, es sind alle, oder? Ich würde sagen, 97 Prozent sagen, es ist scheiße, drück ab. Ja, du kannst es auch so abkürzen. Und die... Ach, ich habe es leider nicht mehr auf Twitter. Auf jeden Fall, die Zeit hatte sowas gefragt wie... Aber sie haben ja auch mit ziemlich hitzigen Argumenten geredet. Meinen Sie, sie haben dadurch die Stimmung aufgeheizt? Alter, was sind... Wem gehören denn diese ganze Verlage mittlerweile? Vor allem die Zeit. Ich meine, die Zeit ist halt so... Immer so in der Mitte gewesen. Ist das nicht der Burda-Verlag dahinter? Oder ist das Bertelsmann? Das weiß ich nicht. Aber also ich meine... Also Bertelsmann hat ja Spiegel und Stern und sowas auch mittlerweile hinter sich. Cool. Also ich meine, allein die Frage, selbst für Welt oder FAZ wäre das eine harte Nummer zu sagen. Ja gut, aber ich meine, sie haben ja schon viele Rechte als Nazis bezeichnet. Muss man ja auch mal klar ansprechen. Da kann man natürlich... Und irgendeine AfD-Landesvorsitzende oder stellvertretende Landesvorsitzende hat noch irgendwie auf das Foto geschaut und so, naja, zum Glück ist nichts passiert. Aber ich finde es schon ein bisschen merkwürdig, dass Einschusslöcher an der Scheibe sind und der Monitor dahinter ist noch ganz. Ja, die hat dann mal Hobby-Ballistikerin gespielt und spuckt irgendwelche Verschwörungstheorien in den Äther. Hast du denn irgendwelche guten Infos für die Erde? Katzen. Katzen. Können wir ihnen einfach ein Kätzchen reichen? Ja. Aber ich meine, du kennst ja mit Sicherheit auch die immer gleichen Floskeln der Anti-Katzen-Lobby. Katzen machen, was sie wollen. Katzen sind hinterhältige, egoistische Viecher. Aber wir Menschen kümmern uns trotzdem liebevoll um sie. Es gibt ja wirklich mehr Katzenhalter als Hundehalter. Man sieht sie, also jedenfalls in Deutschland, man sieht sie bloß halt nicht, weil die meisten Katzen Hauskatzen sind. Ja. So, und nicht halt irgendwelche freilaufenden. Ist ja in einer Großstadt wie Berlin auch vernünftiger. Ja, obwohl man hier und da echt, zum Beispiel die Wilde Renate, die Katze da. Ja, auf der Strahlerber Halbinsel generell. Aber ich meine, wenn du jetzt halt nicht so ein abgeschlossener Kiez hast. Aber die hat ja gerade diesen Einzugsbereich von noch diesem gruseligen Eisenbrücken-Ding, wo du denkst, das ist eine Riesenkreuzung. Das muss tot auf deiner Stirn stehen. Und die habe ich so oft damals, als ich da im Markkampfnamen gelebt habe, gesehen, wenn ich da am Motorrad rumgeschraubt habe, dass sie dann halt neben mir saß und war kurz davor, irgendwelche öligen Schrauben abzulegen. Und ich dann, nein, nein. Und sie guckte immer wie, ich warte, bis du weg bist. Und denk so, oh Gott, mach's einfach nicht. Smillo, als du bei Oskar am Fenster saß, hat auch immer rausgeschaut auf den schwarzen Kater. Smillo, der frisst dich auf. Der ist dreimal so groß wie du. Du bist ein Jammerlappen. Vielleicht umarmt er mich einfach nur ganz doll liebevoll. Smillo, der guckt schon so. Du musst ja aber kurz beschreiben, wie Smillo als Kater war und auch von der Größe vielleicht. Smillo war halt ein süßes, kleines Hauskatze. Also hatte halt die Dimensionen einer kleinen Hauskatze. Der war so hoch wie mein Unterarm. Und das war keine 30 Zentimeter hoch, die Katze. Und eine türkische Angora, also eine weiße Langhaarkatze. Die haben alle sehr, sehr kleine Zähnchen. Also da ist nicht viel mit sich in der Wildnis verteidigen. Sie schaut immer leicht genervt und ein bisschen dümmlich. Ja, das ist auch so ein typisches Ding von den türkischen Angoran. Die gucken alle immer so ein bisschen leer. Aber sie hat ja noch... Aber auch so angepisst. Ja. Boah, wieder kein Essen. Was will die schwarze Katze jetzt hier? Fasst er mich an? Sie hat ja noch die Augen, die nicht zusammenpassten. Lass das so. Dirk hat gerade Kniffel gespielt, glaube ich. Ja, wie Gott sind die halt erschufst. Hat so Augen alles in den Topf geschüttelt und dachte, ja, ist auch süß. Reden wir mit den Aliens über Gott oder lassen wir das besser aus? Ja, also Religion vielleicht schwierig. Da würde ich so eine Lust... Also wir haben so einen Verein, wo wir kleine Kinder hinschicken. Größtenteils Jungs. Ja, und wir haben halt ganz viele, was sind's, Pastoren, die halt wegen, ich sag mal, pädophilen Übergriffen... Aber die dürfen ja sonst keinen Sex haben. Genau. Und außerdem werden sie bei uns im Verein nicht verurteilt, sondern versetzt. Ja, das Verurteilen überlassen wir Gott. Ja, und was haben wir noch? Jetzt sagen die Außerirdischen, ja, aber jetzt ist unsere Zeit zum Verurteilen. Freunde, bessere Argumente. Ja, wir haben zum Beispiel auch ganz lustig die Libik-Lebowski-Religion, wo der Messias oder Anführer oder irgendwas, der lebt in Thailand, ist ein Ami und rennt den ganzen Tag halt einfach nur im Morgenmantel rum. Und hat sich halt so in diesen Film verliebt, dass er halt, und seine ganzen Anhänger haben auch irgendwie nur Morgenmantel und so ein Zeug. Man kann tatsächlich in diese Libik-Lebowski-Kirche eintreten und die predigen halt einfach dieses Ultimate Chilling. Also alles muss halt komplett entspannt werden. Marihuana ist halt fast Pflicht, obwohl ich mich nicht erinnern kann, dass Libik-Lebowski neben White Russian irgendwie geraucht hat. Ich bin mir auch gerade nicht so sicher. Der war halt einfach nur so permanent high oder entspannt. Ich weiß aber nicht, ob das einfach nur an Jeff Bridges und seine Art liegt. Nee, ich meine, es gab ja auch diese, was war denn das? Es war ja kein Musikvideo oder irgendwas, aber wie er angefangen hat zu fliegen und so. Und das war ja kein normaler Alkoholrausch, den er da gespielt hat. Also es war irgendwas, ob er was bekommen hat, Ayahuasca oder wie es heißt. Oder auf jeden Fall fand ich halt solche, finde ich halt solche Ideen, Religionen, die natürlich erstmal auf was Lustigen basieren. Dann halt aber auch mit moralethischen Werten, ich sag mal einer neuen aufgeschlossenen Zeit halt irgendwie so gefüttert werden. Und nicht halt irgendwie Geschlechter und Sexualität und irgendwas halt unterdrückt oder halt irgendwie versucht in Bahnen zu lenken oder irgendwas. Sondern halt einfach nur oben auf den Deckel schreibt, lieb zueinander sein, mach was du willst, sofern du keinen anderen wirklich damit verletzt. Be excellent to each other. Ich habe nicht gehört. Be excellent to each other. Achso, Bill and Ted. Ja? Ja, das ist das Motto von Bill and Ted. Die haben ja quasi die zukünftige Gesellschaft verändert mit ihrer Religion und ihren Predigten. Und die Kernaussage ist, be excellent to each other. Ist ja auch ganz gut. Ja, Hagen-Gereta hat ja mal gesagt, Religion überfordert Menschen, das geht gar nicht. Also Bibel und sowas ist total schwierig, weil es halt einfach zu komplex ist und zu interpretativ. Du kannst ja aus der Bibel, kannst ja so viel machen. Und wer will den Lappen auch lesen? Ja. Also beziehungsweise richtig lesen. Also da wird ja, wie viele halten die Tonnen an Metaphern da drin, halten halt alles für 1 zu 1 Regeln. Und dann wird halt gesteinigt und Finger ab und Hand ab und so. Viele Sachen, die halt einfach nur damals so ein rechtlicher Fortschritt und Durchbruch waren. Ja, aber es war ja auch ein Rechtsbuch für viele Leute und für viele Gemeinden. Und zu sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist ja, wenn einer deinen Bruder umgebracht, bringst du nur seinen Bruder um und nicht die ganze Familie. Zivilisatorischer Fortschritt. Ja. Also machen wir, ja, umschiffen wir vielleicht elegant Religionen. Okay. Was ist denn mit, auch heißes Thema gerade, Lebensmittel, Ernährung? Haben wir hier auf der Erde noch? Ach so, ich dachte jetzt eher sowas wie Mischkost, Vegetarismus, Veganismus, sowas. Ich glaube, wenn wir dann eine Chance haben, vielleicht argumentieren wir, immer mehr Menschen werden vegetarisch oder vegan oder zumindest Flexitarier. Ja. Obwohl, das ist ja halt auch was Lustiges, wenn ich überlege irgendwie, dass es damals, also auf jeden Fall Ende der 80er, so meine erste Erinnerung oder Mitte, Ende der 80er, da waren halt die Großeltern alle Flexitarier, weil sie halt einfach durch Krieg und wenn die halt jetzt nicht irgendwie Mörder viel Kohle hatten, da gab es halt den klassischen Sonntagsbraten noch. Und dann wurde halt unter der Woche halt einfach so gut wie gar kein Fleisch konsumiert. Das Einzige, was halt viel konsumiert wurde, was ich erinnere, ist halt Wurstwaren. Das ist halt was, was es, glaube ich, davor nicht gab. Und, ja. Das ist aber auch das typisch Deutsche, die Salami auf dem Brot. Das ist die Freiheit. Ja, ich habe das Ton mir damals reingepumpt und wenn ich jetzt aber nachdenke, wird mir richtig anders. Ja, ich auch. Dieses dünne Pressfleisch. Und nachweislich halt in der Regel so unter 40 Prozent Fleischanteile hat. Also fast vegetarisch. Ja, also, wenn man so will, mehr Wurst essen, dann, ja. Boah, ich habe gestern irgendwie, da kamen mir richtig Tränen in den Augen. Da ging es um allgemein, nicht um allgemeinen Lebensmittelschwund, sondern halt der tierischen Produkte, beziehungsweise Tiere selber. Also wie viel Tiere in der Schlachtung getötet werden und nachweislich halt einfach in den Müll landen. Also das ist also so dicht an KZ, keine Ahnung. Ich habe auch eine Statistik dazu irgendwie gesehen, die Woche, ich erinnere mich ja auch nicht mehr, aber es waren alles relativ hohe Werte. Also vor allem Hühner halt. Genau, Hühner sind über 50 Millionen, die im Jahr halt einfach nur getötet werden und definitiv weggeschmissen. Ja. Und das ist halt einfach so, boah. Ja, also, ja, also ich meine, so diese ganze, ne, es ist halt dieses ganze Kartenhaus des Wachstumskapitalismus. Ja. Ja, also die ganzen Unternehmen, die, nee, wir brauchen die Größe, wir brauchen die Größe. Ja. Und alle sagen, und der Staat sagt, nee, aber da sind ja so viele Leute angestellt, so zahlversicherungspflichtig. Wir brauchen die ganzen Angestellten, müssen den Staat, also es ist alles ein, ein Bullshit-Fakt lehnt an dem Nächsten. Ja. Und du könntest irgendeine Karte rausnehmen, nichts würde mehr funktionieren. Wenn du das ganze System mal mit ein bisschen Sinn und Verstand hinterfragst, denkst du auch so. Also, ja, aber. Also, auch wenn man die einzelnen Punkte so, ich habe gestern einen Bericht gelesen von einem ehemaligen Schlachter, der ist halt aus dem Schlachterbetrieb raus und das Krasse ist, also, auch beschrieben, wie die Typen so alle drauf sind und dass halt oft auch echt arme Schweine sind und du kommst halt ja sehr, sehr leicht rein in die Schlachtindustrie und welche, sag ich mal, Wochenende-Workshops du da brauchst, um zu wissen, wie du halt dann Tiere halt auseinandersägst, schneidest und sonst was. Und der meinte von wegen, das ist ja von allen Seiten, du siehst da kein Tier mehr. Auch das Faszinierende ist halt, auch wenn du halt nicht gerade der mit dem Beutzenschussgerät bist und hast halt das komplette tote Tier vor dir, siehst du kein Tier mehr. Da ist dann halt einfach alles auf, Gehirne, Gedärme, alles raus, schneidest, also siehst halt richtig die Physikologie des Tieres, sonst was, aber du siehst es nicht mehr. Und es wird halt auch nicht gesprochen von wegen, hier, da ist noch die Keule, nimm den Kopf weg, sondern nimm das da weg. Also es ist halt auch von der Formulierung, hat man im Nachhinein oder hat eher das Gefühl von wegen, dass es halt psychologisch auch, was sich dann so aufbaut und die ganzen halt auch irgendwo taub sind. Also auch im Privaten, wenn man den hat, da gibt es bei jedem halt immer so eine Wende, die halt dann auch, da geht es halt nicht weiter. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder Schlachter halt irgendwie psychisch gestört ist oder so. Nee, aber ich meine, es wird ja sicherlich auch strukturell so sein. Also es gibt ja, wie waren das, im Ersten Weltkrieg haben, glaube ich, einen Großteil der Soldaten nicht auf den Gegnern geschossen. Soll er irgendwo in die Luft oder ihrer Gewehr nicht betätigt. Und ich meine, danach haben die Militärs halt Schulen entwickelt, um die Leute halt dazu zu bringen, das zu machen. Und so Entmenschlichung und Drillausbildung und halt gewisse Formulierungen tragen halt dazu bei, diese menschliche Hemmung halt eine Tierleiche zu zersägen, zu überwinden. Also so ein Teil davon ist halt Entmenschlichung bis hin zu, man setzt Drohnenpiloten an den Joystick, damit sie nicht mehr im Kriegsgebiet fliegen müssen. Und auch da gibt es ja etliche gruselige Dokus, wie die halt psychisch komplett durch sind so. Weil die halt natürlich den Unterschied halt wissen und dann halt auch dieses perfide Spiel halt merken, wie einfach es ist und merken von wegen, ich bin jetzt halber Gott und warte immer nur, ich sehe irgendwas, aber beschreibe nur, was ich sehe und weiß nicht, ob das stimmt, was ich sehe. Und fragt dann halt den nächsten General und der sagt, yo, Freigabe, Abschuss. Ja, vor allem, also basierend so. Und dann geht es nach Hause und dann wird gegessen so. Und dann denkst du, ich weiß nicht, ob bewusst, also ob die schuldig oder nicht waren und was überhaupt das in dieser Form Schuld bedeutet, aber habt ihr einfach mal drei Menschen getötet? So Bürger für alle oder was? Ja, also das ist halt genau das. Also je weiter du weg bist, desto weniger kannst du halt ein menschliches Urteil fällen. Ja. Was halt, also einfach nur, das macht halt die Nähe zum Kompetenten. Dass du halt als Mensch ein Urteil fällen kannst, ob jemand wirklich ein Soldat ist, ob jemand wirklich eine Bedrohung ist. Ja. Je weiter du das abstrahierst, desto schwieriger wird es halt. Wie gesagt, ja, beim Schlachten halt genauso. Also wenn die Tiere automatisch in so einer Beutzenschussanlage geraten. Genau. Ja. Und das ist ja auch das, was die nächste Instanz ja auch gar nicht will. Du willst ja keinen denkenden Soldaten oder du willst ja keinen denkenden Schlachter. Ja. So. Das wäre ja ganz schlimm. Und das meinte, das hat man am Anfang sehr stark gespürt. Und dann wurde halt immer gesagt, naja, es ist am Anfang schwierig. Und irgendwann hat er das dann halt, weil der halt nicht mehr klarkam, dass er so psychisch aufgedröselt und gemerkt, weil er halt gegen seine erzieherischen, ethischen, moralischen Grundwerte immer gearbeitet hat und hat das nicht verstanden. Weil du natürlich groß wirst mit von wegen, wir sind lieb zueinander, also im besten Falle. Und von wegen dann auch mit Tier groß geworden. Und also bei ihm war es irgendwie ein Hund. Und dann sagst du von denen, ja, alle uns schützen und hast dich gesehen. Und dann wird halt das Tier geschützt und das andere halt nicht. Und dann, wo die unterschiedlich, also wo die Abstufung passiert. Natürlich ist dann halt eine Monster Lobby. Es ist eine zeitliche Sache. Auch du kannst quasi sagen, es wird schon immer gemacht. Also es gibt halt Menschen, die in ihrem Leben, also wir, das noch nie. Aber ich meine, es ist ja das Level, auf dem es gemacht wird. Also du bist ja nicht auf einem Hof. Und dann wird halt das eine Tier geschlachtet, sondern die Tiere kommen ja am Fließband zu dir. Also das ist ja das, was es so perfide macht. Also die Menschen von Tieren leben. Also es ist ja wirklich schon ewig. Ja, genau. Ewig der Fall, aber halt in einem personalisierten Jagdrhythmus oder in einem personalisierten Rhythmus auf einer Farm, in einer Zucht und nicht am Laufband, Leute, Tiere, die in Käfigen gehalten werden. Ja. Nee, ich meine, die auch nie was anderes gelernt haben, also gelebt haben. Das Krasse ist ja, dass einerseits halt irgendwie immer das Bewusstsein mehr und mehr in die Gesellschaft rückt. Und ich muss auch sagen, dass das Veganismus jetzt halt auch so ein bisschen Trend ist, definitiv. Das merkt man spätestens, habe ich gemerkt, als ich beim Oskar stand, ein riesiges Poster oder Plakat gesehen habe von Burger King, die ihren veganen Burger, äh, McDonald's veganen Burger beworben haben. Mit den Worten von wegen, es kommt jetzt nicht jeder Veganer zu uns, aber vielleicht, die Hunger haben. Und du dachtest von wegen, du merkst halt auch, dass die nicht sagen von wegen, ey, wir sind pro-vegan, sondern wir sind einfach nur pro-Trend. Ja, aber es ist ja gut. Also ich meine, das ist der erste Schritt, den Leuten halt zu sagen, das ist ein Wirtschaftszweig und ihr verpasst. Also, ne, das, ja. Na, weil die Wirtschaft dahinter, das zu produzieren, ist ja auch wesentlich leichter. Die müssen wesentlich weniger Ressourcen in die Hand nehmen, als halt einfach jemand, der das gleiche Produkt, also als tierisches Produkt macht. Das ist ja halt dann definitiv dann auch interessant. Interessant, nicht grundlos, ist halt Rügenwalder so dahinter. Und die haben halt auch, da gab es halt auch so ein, von Funk so eine Doku, wo Rügenwalder auseinander, also betrachtet wurde. Und die haben gesagt, dass sie tendenziell immer mehr vegane Produkte raushauen und immer weniger Neuheiten im Fleischsektor, weil das halt einfach nicht mehr so der Trend ist. Und weil es halt auch für die, müssen die auch sagen, ist es auch günstiger. Ja, na, ja. Also, das ist halt nicht vergessen so. Ja, ich meine, das ist halt ein perfektes Beispiel dafür, dass Unternehmen sich halt neu aufstellen können. Ja. Wo sich ja halt andere deutsche Unternehmen aus der Energie- oder Automobilindustrie absolut querstellen. Irgendwas, also man sendt Investitionen in irgendwas zu Unternehmen. Aber das hat natürlich auch von dem Geist zu tun. Also, das sind irgendwie zwei oder drei Typen, die sind so, ich würde sagen fünf, maximal zehn Jahre älter als wir. Und die haben halt auch gesagt, da gab es halt auch einen Wechsel. Und als dann halt, sagen wir mal, die ältere Denkweise raus war, da kamen dann halt die Ideen. Und die haben halt vorher Blut und Wasser halt irgendwie geheult, weil sie gesagt haben, das wird nicht funktionieren. Die Absatzzahlen verschwinden. Die haben gesagt, ja, wir haben Kunden verloren, aber wir haben neue gewonnen und das mehr als vorher. So, und dann ist das scheißegal. Wir sind immer noch ein wirtschaftliches Unternehmen. Dann ist es scheißegal, ob wir sagen von wegen, ey, mach die Kuh tot oder mähe den Rasen mit der Sojabohne weg. So, und da habe ich halt auch gedacht, auch, dass die, die haben nur wirtschaftlich formuliert. Und das fand ich trotzdem interessant, weil die gesagt haben, es ist auch noch einfacher für uns. Ja, natürlich. Und das ist ja auch so eine Raison, die den Leuten fehlt, zu sagen, die 300 Leute, die im Kohlebergbau arbeiten, fallen vielleicht weg, die Stellen. Aber dafür können wir 600 Leute einstellen, um Rotorblätter für Windkraftanlagen herzustellen. Also, ich meine, das ist halt auch eine Argumentationsweise, wo dann halt gerne in der Politik gesagt wird, ja, aber die Arbeitsplätze haben das erhalten und man weiß ja auch gar nicht, ob sich das Zukunft hat, den Planeten am Leben zu halten. Gut, also Ernährung, sind wir vorsichtig, was wir den Außerirdischen sagen. Eine Kohlensuppe können wir ihnen vielleicht anbieten. Aber der Trend, den finde ich halt nicht verkehrt. Natürlich merkst du, die Trends auch nur in den Großstädten, das darf man auch nicht vergessen. Also, als ich jetzt irgendwie Wittenberg mir angeschaut habe und da mit so einer, also da wurde halt ein Restaurant geschlossen und die haben uns dann irgendwie gekrallt, beziehungsweise ging es um eine Wohnung und bla bla bla. Und die meinte, weil die halt einfach internationale Küche und fernöstliche Küche angeboten hat. Und die haben gefragt nach ihrem Schnitzel. Die wollten halt ihr Schnitzel paniert und unpaniert und gerollt und gerade und krumm. Aber warum gehen sie denn nicht in ein Restaurant und das Schnitzel verkauft, wenn sie Schnitzel... Ja, aber das ist halt ein neuer Laden und vielleicht machen die was Verrücktes mit dem Schnitzel und stellen das auf die Pommes oder so. Aber das will doch keiner. Schnitzel kommt neben die Pommes. Ja. Das sind auch wieder die ersten Beschwerden. Und das Ding ging halt gegen die Wand. Aber ich meine, das ist natürlich auch eine kulturelle Frage. Auch wo du halt sagen musst, ja, wenn du halt als ländliche Region einfach abgeschnitten von Kultur und in Deutschland teilweise vom Internet bist. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie wir drauf wären, wenn du den ganzen Tag nur noch RTL gucken könntest. Ja, aber die sind ja nicht wirklich ab... Die sind bloß sehr, sehr alt. Und da nehmen die halt alte Werte halt so mit. Und das geht halt so selten dann irgendwie rein, weil die sich ja... Also die haben auch wenig jungen Kontakt. Und das heißt, die unterstützen auch gegenseitig ihre Ängste. Sie merken, dass da was kommt. Das ist ja immer das Geile, dass halt auch ganz viele, ich sag mal so Hardcore-Fleischkonsumenten oder sowas, die reagieren ja mit Aggressiv. Also es gibt ja die, die mit Aggression auf Veganismus reagieren. Und da ist ja die Frage, woher kommt die Aggression? Ja, das ist Freiheit. Du willst den Leuten die Freiheit wegnehmen. Jeder hat die Freiheit, sich mit Pressfleisch zum Fettsack zu fressen, um dann in den Pauschalurlaub zu fliegen. Also es ist eine gewisse Furcht, ist definitiv da. Und das ist ja mit allem. Das ist halt wie die Aggression gegen alternative Verbrennungsmotoren oder sowas. Ja, das ist ja auch immer dieses, ja dann leben wir in der Ökodiktatur. Wir leben schon in der Ökodiktatur. Du kannst doch nicht jedes Verbot oder jedes Gesetz als Diktatur bezeichnen. Kannst du auch sagen, wir leben hier in der Diktatur. Ich kann nicht auf der linken Seite der Fahrbahn fahren. Was ist mit meiner Freiheit? Nein, dann ist es halt, dann finde ich halt so Argumente schwierig auf allen Ebenen, wenn halt irgendwas Neues oder anderes, was ja eigentlich immer im Ursprung irgendwie sowas ist, wie weniger Ausbeutung an der Natur, weniger Ausbeutung am Menschen oder sowas. Und trotzdem, ich dann denke, ich kann dann nicht groß diskutieren. Also dieses, man muss mit den Nazis reden oder sowas, finde ich total gefährlich, weil der Kern des Ganzen ist ja auch, da will ja auch gar keiner kommunizieren. In Österreich wurde die Gruppe Omas gegen Rechts als Linksradikal eingestuft und wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Oh Gott! Dirk jubelt gerade für einen. Oh Mann, Alter, ich fand so eine Scheiße, oder? Ich kann mir nur vorstellen, wenn hier in Deutschland schon Hans-Georg Maaßen, dieser Rechtsradikale mit der Himmler-Brille, Chef des Verfassungsschutzes war, wie der Chef des Verfassungsschutzes in Österreich aussehen mag. Ja, naja, ne, gut. Also Politik sollten wir vielleicht wirklich auslassen. Ja, aber Politik ist ja eigentlich alles, das ist ja das Gefährliche. Es ist halt so viel steckt Politik drin. Wir haben jetzt die Ernährung abgeklappert. Du hast ja letztens irgendwas erzählt mit den Windkrafträdern, wo nur irgendwie alle, was war das, diese Regelung? Alle, tausend Meter Abstand zu einer Siedlung, fünf Häuser sind eine Siedlung. Und deswegen ist die ganz, in fast ganz Deutschland kann kein neues Windkraftrad mehr gebaut werden. Also wir sind echt. Deswegen ist die Industrie so eingeknickt. Gab es nicht mal diese komische, diese, die hat übelst viel Pro, Pro-Wintra-Pro, weiß nicht irgendwas. Und die hat übelst viel Werbung gemacht und ganz viel hiermit investieren. Und sie kriegen auf jeden Fall Provision und Endeblah. Und dann haben die es auch bankrott angemeldet. Ich weiß nicht, ob die sich totgewirtschaftet haben oder ob das einfach nur die Regelungen waren, die sie halt einfach nicht vorher gesehen haben. Nö, die Regelung ist ja neu. Also das ist ja so ein Weg. Ja, aber es hat doch mehr und mehr halt immer diese Schwerden mit Rotor und sonst was. Und dieses, was macht Trump über die ganzen Vögel, die getötet werden? Ja, da gibt es halt Statistiken zu. Wir waren das in den USA. Wurden, glaube ich, ein paar tausend Vögel durch Windräder getötet und ein paar Millionen Vögel durch Kohlekraft. Ja, aber das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, eben. Das ist halt die Sache. White Coal und hat er die gegessen? Darf er ja nicht essen. Die Windkraftanlage ist halt so ein bisschen wie ein Hochhaus. Da fliegt halt mal ein Vogel gegen. Oder kommt ein Gerät in die Lobine. Das ist halt ein physischer Fall, der direkt danach passiert. Bei der Kohlekraft dauert es halt über den Schritt der Verschmutzung und der Umweltzerstörung. Schwarze Lunge im Vogel oder was? Ja, das ist halt so ein kleiner Abstraktionsschritt. Oder halt wie viel Lebensraum dem Vogel einfach weggenommen wird durch den Kohlebergbau und das Kraftwerk. Und dieser Abstraktionsschritt, der ist schon für viele Menschen zu viel. Ja gut, aber... Was denn so Figuren wie Greta Thunberg? Kann man sowas nicht nach vorne stellen und sagen... Ich hätte gehofft, dass du Spongebob sagst, aber... Ja gut, den kann man jetzt die... Also kann man jetzt nicht direkt in... Ja, Greta Thunberg, ich bewundere immer, wie viel Hoffnung sie noch hat. Ich... Also und mit wie viel Enthusiasmus sie glaubt. Man kann halt so Leute wie Rupert Murdoch oder Trump entweder bekehren oder zumindest überstimmen. Aber ich habe das Gefühl eher, dass die dahinter, die nachkommen oder schon da stehen, dass die eher gepusht werden und sich für ihren Weg bestätigt fühlen durch Greta Thunberg als die, die da schon stehen und alles falsch machen. Also ich glaube, dem ist sie sich bewusst, dass die gerade, die halt, sag ich, alles in den Dreck ziehen, nicht dann immer sagen, oh, danke Greta. Jetzt habe ich aber... Das ist ja... Ja, aber es ist... Je größer die wird, desto mehr ist ihre Mauer ja auch vor Greta. Es fehlt noch der Schritt, dass man sagt, okay, es hilft nur, wenn man ihnen einfach einmal richtig in die Hoden tritt, um ihnen zu zeigen, wie falsch sie liegen. Also ich habe auch... Also klar, versucht die diese anzusprechen, aber ich habe das Gefühl, dass was Positives passiert, ist, dass die, die vorher halt keine Stimme genutzt haben, jetzt Stimmen nutzen. Also es ist ja nicht nur Greta, sondern es sind ja halt auch einfach weltweit diese Millionen von Jugendlichen, die halt regelmäßig halt was machen und nicht... Also Greta ist dann halt so das Sinnbild dafür, aber das finde ich halt total geil. Und die halt auch politisch aktiv sind und halt wirklich einen Einfluss auf die Politik haben, was du ja auch an Parteien wie der SPD oder der Labour Party in Großbritannien merkst, dass die halt einfach auch inzwischen einen viel größeren Teil ihrer Politik Richtung Grün verschieben. Oder auch die Labour Party in Australien, die da halt mit den Grünen recht eng verbandelt ist. Im Gegensatz zu den Liberals, also der australischen Konservativen Partei unter dem Premierminister Scott Morris, die halt nicht an den Klimawandel glauben und... Also halt so wie die amerikanischen Republikaner. Ich finde das so geil, dass halt irgendwelche Glaubenssätze in Politik sein dürfen, aber gut, wir haben... Es gibt als Greta... ...kriegslich demokratische Union. Als Greta Thunberg bei Trevor Noah war, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, aber da meinte sie ja auch, in Schweden wird der Klimawandel nicht diskutiert als etwas, an das man glaubt oder nicht. Sondern es wird halt darüber gesprochen, was du machst. Was ja auch die richtige Entscheidung ist. Also du kannst ja verschiedene Ansätze haben zu dem Problem. Das ist ja jeder wissenschaftliche oder jeder politische Diskurs. Aber halt zu behaupten, ja, das gibt es nicht. Ich finde eh das so gefährlich, dass in Öffentlichkeit, in politischen, im wirtschaftlichen, dass die gefühlte Meinung halt so einen Stellenwert hat. Also ich meine, klar, weil man das ganz klar anspricht, was denkst du denn? Wie fühlst du dich denn damit? Okay. Aber dass es jetzt plötzlich einfach ein Punkt ist, wo man sagt, das nehmen wir jetzt auch als einen Aspekt des neu gebastelten Faktes ein. Oder denkst du, nee, das darf doch... Ja, aber ich habe gesagt, das spricht ja nichts dagegen, dass halt eine konservative Partei sagt, ja, dann müssen wir der Automobilindustrie Subventionen geben, damit sie schneller auf E-Mobilität umstellen können. Und eine Partei wie die Grünen sagt... Oder Wasserstoff, was, glaube ich, ein bisschen geiler wäre. Ja, genau. Aber ich meine, das spricht ja nichts dagegen, dass du halt sagst, ja, das müssen wir halt pushen. Ja. Oder die anderen sagen halt, nee, wir müssen eher dafür sorgen, dass die Mobilitätskonzepte generell sich verändern. Ja. Aber halt die Meinungen sind ja wirklich so, nee, wir machen gar nichts. Oder wir brauchen halt jetzt die 180-Grad-Wende. Also natürlich, wenn du halt dagegen bist, weil du für eine kurze Zeit das Geld in einer Industrie, die, sag ich mal, inländisch Marktführer ist, siehst, dass sie schwinden könnte, dann ist es natürlich ein rhetorischer guter Trick, einfach zu sagen, ich argumentiere mit, ich glaube nicht daran. Weil dann drehen sich alle darum und dir versuchen zu erklären, ey, guck mal, das ist aber so und so, ja, aber glaube ich aber nicht. Und hab dann genügend hinter mir, die dann Kasper-mäßig dann sagen, ja, stimmt, ist auch nicht so. Und dann stoppst du diesen ganzen Vorgang des Veränderns einfach nur mit deinem, ja, glaube ich aber nicht. So, also da habe ich gedacht, wenn du das in die Schule, ich möchte nicht wissen, wie viele Lehrer heutzutage ertragen müssen, dass irgendwelche Schüler in so, wenn es um Fakten geht, dann sagen, ja, finde ich aber nicht. So, aber das ist scheißegal, ob du Sören, Sören, das so findest, es ist aber so, ja, bei 1 und 1, sag ich mal, ist mal 3, sag ich mal zu dir. Ich habe 3 geschrieben in der Klassenarbeit, deswegen ist es 3. Meine Eltern kommen zum Klassengespräch am Ende der Stunde. Ich meine, wie viele Zensuren und Versetzungen und Abschlüsse werden mittlerweile erklagt? Was hier halt auch so pervers ist, da wird wahrscheinlich Mia dann auch schon mal irgendwie gemerkt haben, dass es halt unerträglich ist, wenn dann plötzlich jemand mit einer Advokat dann vor dir kommt und sagt, wir reden gar nicht, ich will einfach nur die Daten wissen, was sie denn ausgeben. Achso, und das soll jetzt die 4 sein, das mache ich mal in 202, ich habe hier eine schöne Versicherung. Und dann denkst du so, alter, fick dich doch, ey. Also, dass es überhaupt möglich ist, dass es überhaupt möglich ist, darüber zu diskutieren. Also, wenn, wenn. Ja, aber ich meine, das ist halt der Unterschied zwischen das, was Lehrer sagen, kritisch zu hinterfragen, was ja gewünscht ist. Ja. Oder halt einfach dumm zu behaupten, man selbst habe recht. Ja, aber ich habe gelesen auf anonymous.ru, dass drei Araber den Reichstag angezündet haben. Gutefrage.de hat auch dazu geschrieben. Kennst du schon meine Plattform GuteAntwort.de? Gibt es das? Ne, es ist meine, meine neue Geschäftsidee. Aber eigentlich, wollte ich gerade sagen, nicht verkehrt. Du gibst Antworten, ohne die Frage zu erklären. Ach, sieben, ihr dummen Affen, es ist immer sieben. Ach so, ich habe jetzt fragen wollen. Probier es mal mit einem Imbusschlüssel. Klappt bei mir immer. Deine Schwester riecht. Aber ich habe doch gar nicht, wie heißt du mal, der dicke blonde Brite, der eine Late Late Show hat? Ach, James fucking Corden. James fucking Corden, der beginnt ja dann auch gerne in seinem Stand-Up-Programm mit irgendwelchen Zeitungsartikeln oder sowas. Und dann hat er, dass in Amerika jetzt irgendwie die große Studie rauskam, dass die Menschen, der Größtein der Menschen, irgendwie über 60 Prozent, Google und Amazon mehr vertrauen als Wissenschaftlern und Lehrern. Ja. Alter Finne, ey. Ja, was ja eigentlich so ein bisschen auch aus der Idee kommt, ja, du brauchst nicht deinem alten Lexikon vertrauen, was 20 Jahre bei dir im Regal steht, weil wir haben neue Informationen, guck mal auf Wikipedia nach. Also das war ja so der Grundgedanke dieser Demokratisierung des Wissens. Obwohl, es hieß doch irgendwie, dass die deutschen Wikipedia-Seiten so gefüttert werden von einer Handvoll Männern. Irgendwie sind irgendwie unter zehn Männern, die die meisten Berichte da reinkloppen und auch kontrollieren. Und wir denken es von wegen, und aber alle Wissensgebiete damit berühren. Aber dafür sind alle zehn weiß. Gut. Dumm von mir. So, wir haben noch fünf Minuten, Dirk. Haben wir irgendwas aus Kunst und Kultur, was für den Außerirdischen? RTL 2. Rettet RTL 2. Du meinst, wir verdummen die Außerirdischen? Nehmen wir ihnen krass Schule. Also was wir bis jetzt gemacht haben, ist nur, dass die wählen, dass sie überlegen, welche Waffen sie nutzen, ob sie alle Waffen nutzen. Aber das passiert ist gerade, glaube ich, voll klar. Also wahrscheinlich ist es echt total schwierig. Also das Ganze, was du ja bastelst, beziehungsweise abzielst, ist ja, wie schwer es heutzutage ist, das Positive zu sehen. Ja, aber ich meine, was haben wir denn, zum Beispiel wirklich aus Kunst und Kultur, wenn wir sagen, die Menschheit ist erhaltenswert, weil wir haben Beethoven. Hatten wohl mal. Hast du gemerkt, wie ich schwitze? Der ist doch tot, oder? Oder legt er heute auf? Sag's nicht, sag's nicht. Ja, dann sagen sie auch, wir hatten. Beethoven, Macarena. So. Otto Walkes. Old Lang Syne. What? Old Lang Syne. Ja, akustisch habe ich nicht verstanden. Could all equations be forgotten, never brought to mind. Dieser Neujahrssong. Also schreibt uns, wenn ihr wisst, was das ist. Old Lang Syne ist so ein Neujahrssong, der auch ganz berühmt ist. Im Altenheim, oder wo? Weil er im Ersten Weltkrieg zum Weihnachtsfrieden gesungen wurde, von beiden Seiten. Ja, ich finde das gut. Geschichtlich finde ich das sehr schön. Ich habe jetzt... Ja gut, was haben wir denn noch? Was für einen Film würden wir den Aliens denn zeigen? Wir würden den Doppelpack zeigen. Wir haben keine Probleme, wir brauchen keinen, wir sind die Könige vom Westpark. Ist das normal, dass ihr im Zoo aufwacht? Lauf, Hoffi, lauf. Ja, welche Filme würdest du ihm zeigen? Was, 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 welcher, ich habe gestern, oh das passt sehr schön, ich habe gestern Hektors Reise. Hektar! Ja, oder die Suche nach dem Glück gesehen mit Simon Peck und Ferris. Und lustigerweise Ferris hat eine Figur gespielt und ich dachte, warum bist du nicht die Figur in Wirklichkeit? Veronika Ferris? Mhm. Heißt sie Veronika? Ich dachte, Verona. Verona Ferris, wie auch immer. Vielleicht hat sie Veronika. Ich glaube, sie heißt Veronika, aber... Veronas Feldbursch. Ah, okay. Jedenfalls ist er ja, also die Geschichte der Hektar ist ja bekannt, das war irgendwie so ein, er ist so ein Buch-Bestseller, dann war es halt so ein Hörbuch-Bestseller und dann haben sie das so international verfilmt. Ich weiß nicht, international, aber auf jeden Fall war halt... Deutsche Filmförderung zu bekommen, hat Veronika Ferris mitgespielt. Wahrscheinlich. Aber sie spielt da so eine leichte Öko-Dame, die dann halt auch so sphärische Dinge wahrnimmt, keine Ahnung, so als Nebenrolle. Das ist halt eine seiner Patientinnen, aber sie ist von einer Art, ein bisschen durchgeknallt, aber sympathisch und dann denkst du, du spielst sie auch gar nicht schlecht und die Figur ist doch tausendmal geiler als dieses eklige Klatschblattpüppchen, was du an der Seite von Maischberger präsentierst. Ähm, Maschmacher. Maischberger. Ich glaube aber, sie ist in Wirklichkeit dieses dumme Klatschblattpüppchen. Ja, das ist leider... Nee, aber das ist halt ein schöner Film, weil der ist ja auf der Suche nach Glück und dreist um die Welt und versucht herauszufinden, was Glück ist. Und schreibt dann halt auch immer so süße kleine Dinge auf, wo die einzelnen Menschen dann immer, Genre nos, dann halt auch so eine kleine Nebenrolle, die dann beschreiben, was für sie dann Glück ist. So am Anfang dann halt so einen brutal krassen, reichen Anwalt, der dann halt ihn dann halt immer so eine arschteure Nacht da irgendwie in Shanghai oder sowas bezahlt. Und der merkt dann von wie für manches dann halt Definition von Glück ist halt ohne eine Kohle zu haben, obwohl der halt sichtlich halt nicht glücklich ist. Und dann ist er halt irgendwann, glaube ich, auch in Südafrika und... Besucht Brownie. Genau. Und da gab es dann halt irgendwie einen Süßkartoffeleintopf und dann von wegen Was ist Glück und dann ein Süßkartoffeleintopf und dann sitzt halt irgendwie die ganze Familie... Dirk hat kurz gekotzt. Ich bin nicht so der Süßkartoffelfan, ja. Und dann haben sie halt dann irgendwie alle gedanst und das zelebriert und so. Und da habe ich gedacht, so kleine, also diese kleinen Werte dann halt so zu schützen und zu genießen so. Und das war halt dann sehr, 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 sehr schön. Und die Musik, die Musik ist wirklich, glaube ich, ausgelegt auf Glück. Also welche Musik macht glücklich und die ist halt nicht irgendwie total durchgeknallt, lustig, Zirkus oder so oder total romantisch, aber die ist irgendwie immer wirklich, wirklich glücklich. Also das ist halt ein sehr süßer Film. So was würde ich dann denen einfach mal hinsetzen und hoffen, dass das so das Ruder reißt. Ja, die Stunde ist auch um, also hoffen wir aufs Beste. Was wäre denn deins? Ich kann ja sagen, was auf jeden Fall ich sage noch, ich filme euch, weil ich den Podcast gerne höre. The Anthropocene Reviewed von, das ist ein Autor, der auch The Fault in Our Stars geschrieben hat. Da fällt der Name natürlich gerade nicht ein. Ich glaube, der hat auch einen ganz generischen Namen wie John Green oder so. Und dabei bewertet er immer Dinge auf einer Fünf-Sterne-Skala und hat so zwei Dinge, die überhaupt nicht zusammenpassen. Und das ist so schön, weil es so melancholisch ist. Also irgendwie Hotdog-Wettessen und Chemotherapie. Sonnenuntergänge und die Quertz-Tastatur. Das ist für dich so Glück. Das ist total wie, das ist halt so ganz katar, der hat so ganz The Fault in Our Stars, da geht es halt um junges Mädchen, die Krebs hat. Und deswegen kennt er halt irgendwie auch ganz viele krebskranke junge Menschen. Und das bringt, lässt er halt auch immer mit einfließen. Das ist halt, der hat so eine ruhige Stimme und so eine ruhige Atem, das hat so sorgsam recherchiert. Und der Podcast ist halt total schön, der redet halt über Dinge, also er redet über was, ich weiß gar nicht, was ein Vogel das verglichen hat, aber es war so ein Vogel, eine Vogelart, die ausgestorben ist. Und die Vögel haben immer untereinander, haben die Männchen und Weibchen immer zueinander gesungen. Und die Vogelart ist ausgestorben. Und das heißt, die Vögel haben nicht mehr gesungen. Und dann irgendwann hat einer der Naturforscher ein Band abgespielt von einem Vogel in der Natur und dann hat er einen anderen Vogel singen hören. Und dann dachte er, oh Gott, sie sind doch nicht ausgestorben, es gibt sie noch. Dann hat er festgestellt, das war das letzte Männchen der Art und er hat gedacht, die Aufnahme war ein Artgenosse. Und ich kann nur empfehlen, da mal reinzuhören, das ist auch kurz und immer so 30 Minuten oder so. Aber ganz, ganz toll, The Anthropocene Reviewed. Hast du es bei Trevor Noah mitgekriegt von Diego, dieser seltenen Schildkrötenart, der sich selber geertet hat? Ja, der seine Art zur Erhaltung gefügelt hat. Der jetzt entlassen werden darf und er ist komplett erschöpft, weil er irgendwie 2000 Nachkommen gebracht hat. Guter Mann. Aber was Trevor dann auch gesagt hat, der wird gerade ohne Ende gefeiert. Was ist denn mit den Frauen, die 2000 Kinder auf die Welt gebracht haben und die waren zu 14 oder sowas? Das wird dann mal vergessen. Ja, gut, das in diesem Sinne. Ja, wir würden die, glaube ich, dann zum Schluss umarmen und würden sagen, ich weiß, wir wissen, aber guckt mal auf die Details. Guckt mal ein bisschen Brain and Gain mit Tim Wiese und dann fällt euer eigenes Urteil. Oh, ich würde es nicht damit enden wollen. Unschön. Gut, in diesem Sinne. Dazu vielleicht ein Schluck Feuerzangenbohle. Das wiederum. Feuerzangenbohle. Das ist so ein Earth-safer. Gut, das war Fünisse mit Dirk und Klaus. Ja. Fünisse at gmail.com. Ad Fünisse-Support auf Twitter. Fünisse mit Dirk und Klaus auf jedem YouTube-Kanal, den ihr kennt. Oder Podcast-Apps bis auf Spotify. Nicht auf Spotify. Also so haben die Adi und Sutz nicht gefunden. Show me what you've got.